Ich muss auch noch was trinken, warte mal. Der Bauch ist nicht immer so dick. Alles klar. Alles klar. Der Bucht ja... Der hat ja auch vieles Kraft. Der hat ja auch vieles Kraft. Nach hinten lehnen, nach hinten lehnen, nach hinten hier, sieht gut aus. Alles gut. Ich glaube, jetzt wird es schon leidzinnig. Das geht auch nicht so. Ich muss ein bisschen warten, oder? Ich muss ein bisschen warten, oder? Ja, ich weiß nicht. Ich muss ein bisschen warten, oder? 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 mit sorgenvollem blick und raus hängen arsch nach unten den arsch nach unten ok bringe es Jürgen den arsch nach unten 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 den arsch nach unten